Ja, duzi, 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 na du bist ja ein süßer Kleiner, ja, da kannst du wieder lachen, gell, du darfst in einem Theaterstück mitspielen, die Hauptrolle, pssst, nicht so laut, du wächst ihn ja auf, eine große Rolle wird das sein, er spielt auch mit, einen Ochsen, ja, und, und das ist der Esel, sieht man doch, oder? Also bitte, er ist der Ochs und ich bin der Esel und du spielst die Hauptrolle, eine wunderschöne Geschichte, aber du darfst immer in der Krippe liegen bleiben, ja, du bist ein Kind in der Krippe, ja, ein Krippenkind, und du liegst da und musst gar nicht viel tun, obwohl du die Hauptrolle spielst, ja, Esel, ich spiele auch die Hauptrolle, ja, ich auch, ja, du spielst auch, wir alle spielen die Hauptrolle, wir spielen alle die Hauptrolle, Drei Hauptrollen an nur einem Tag, ja, und zwar ab dem 3. Dezember, mhm, in der Kulturgarage, ja, dass ganz viele Leute gucken, kommen Kinder und Erwachsene und Ochsen und Esel und, ja, 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 und auch die anderen Senioren dürfen auf, von 4 Jahren geht es bis 400, 400-Jährige dürfen auf, das gibt's doch gar nicht, ne, das gibt's nicht, Na ja, aber du kannst jetzt gleich weiterschlafen, denn wir müssen noch sehr viele Proben mit dir abhalten, ja, ja, schlaf schön, ja, schlaf schön, mein Kleiner, na ja, du ist doch gut, gut sind die, ja, gut sind die, ja, gute Nacht Vielen Dank Vielen Dank